Heute stelle ich euch Andreas Onea vor. Andreas ist Spitzensportler, Medaillengewinner, TV-Moderator, Speaker und einfach erleibernder Kerl. Er ist quasi die österreichische einarmige Version von Michael Phelps. Für Österreich holt er im Parasport regelmäßig Medaillen. National wie international. Auf Instagram könnt ihr ihn anfeuern und bei seinen Erfolgen dabei sein. Oder einfach neue Losung. Im jeden Fall, reinschauen lohnt sich.